Ein straßenzugelassener Offroad E-Scooter für unter 600 Euro? Geht das? In diesem Video finden wir es gemeinsam heraus. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Hentag. Ich bin Henne und freue mich, dass ihr heute bei mir seid. Und heute habe ich mit dabei den Joyor S5, den wohl aktuell günstigsten straßenzugelassenen Offroad E-Scooter auf dem deutschen Markt. In diesem Video packen wir ihn aus, checken den Lieferumfang, erledigen den Aufbau und werfen einen Blick auf sämtliche technische Daten. Im Fazit klären wir, wo der Hersteller gespart hat und was wir hier eigentlich für unser wohlverdientes Geld bekommen. Und diese Verpackung hier, die ist direkt die erste Möglichkeit, die Kosten gering zu halten. Sie ist nicht nur schnörkellos, sondern auch relativ kompakt. So passt mehr aufs Containerschiff, die Versandkosten sinken und es kommt, wie fast alle Elektro-Kleinstfahrzeuge, aus China. Der Karton verrät es, es gibt jedoch auch einen Ansprechpartner in Deutschland, der sich im Zweifel auch um Service und Reparaturen kümmern kann. Damit genug der Vorrede, machen wir uns ans Auspacken. Ja und da lächelt uns dann auch schon direkt eine ganze Menge Styropor an. Das sorgt freilich für einen sicheren, kratzfreien Transport, ist aber aus ökologischer Sicht durchaus besser umsetzbar. Bevor wir uns jetzt an den Aufbau des Joya S5 machen, werfen wir wie immer einen kurzen Blick auf das Thema Lieferumfang. Und dann werfen wir doch hier mal einen kurzen Blick in unsere Wundertüte. Ja, da ist alles drin, was irgendwo im Lieferumfang dabei ist. Angefangen bei einem Ersatzschlauch. Ja, damit ist schon mal klar, wir haben hier leider keine schlauchlosen Reifen. Schön ist, dass ein Ersatzschlauch im Lieferumfang standardmäßig beiliegt. Ja, was haben wir noch in unserer Überraschungstüte? Hier auf jeden Fall so ein Multitool. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ist ein bisschen hochwertiger als so ein schlichter Innensechskantschlüssel. Hier hat man einfach alle Größen immer dabei. Kann man machen. Ist durchaus kein Standard bei E-Scootern. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier noch so ein paar lose Kleinteile. Und das sind im Wesentlichen, jo, da ist noch eine Schraube auf Abwägen. Ja, das sind nämlich die Schrauben, die wir sicherlich gleich beim Aufbau des E-Scooters brauchen werden. Die kommen ab Werk ohne Schraubenkleber. Da müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht selber noch welchen auftragen. Das gibt einfach ein wenig zusätzliche Sicherheit. Ja, und hier ein Reflektor. Vielleicht müssen wir den noch selber anbringen. Oder aber es ist einfach Ersatz, falls man mal einen der bestehenden verlieren sollte. Vielleicht hat man da wie bei den Schrauben ein wenig am Kleber gespart. Dieses Dokument, das könnt ihr direkt wieder in die Bedienungsanleitung stecken. Das braucht ihr in der Regel nicht. Bedienungsanleitung ist jetzt auch das Stichwort. Die ist natürlich dabei und ist, und das hat mich hier ein bisschen überrascht, vollfarbig und auf Deutsch gehalten. Das ist hier auch, sag ich mal, positiv hervorzuheben. Wer das Video gesehen hat, wird die wahrscheinlich aber gar nicht brauchen. Brauchen tut ihr aber die Datenbestätigung, denn damit bekommt ihr euer E-Scooter-Kennzeichen. Wie das geht, oben im rechts verlinkten Video und ein Link zu einer günstigen E-Scooter-Versicherung, wie immer unter dem Video. Interessant, jetzt auch nochmal das mitgelieferte Ladegerät. Wir haben hier einen 624 Wattstunden bzw. 13 Ampere-Stunden starken Akku. Das Ladegerät kennen wir so auch schon von anderen Modellen. Wir laden hier mit, na, wer findet es? 2 Ampere und landen so bei einer Ladezeit von 6 bis 7 Stunden. Das ist sicherlich Standard, nichts Besonderes. Aber angesichts des günstigen Preises geht das an dieser Stelle durchaus klar. Es wird weiter ausgepackt und dann geht's an den Aufbau. Und der Aufbau läuft dann auch ein klein wenig anders, als wir es, sag ich mal, vom Standard E-Scooter kennen. Wir haben hier ein höhenverstellbares Lenkerrohr. Das ziehen wir aus und dann müssen wir hier oben, ja, wie beim Vorbau eines Fahrrades, diese Kappe entfernen. Das geht mit dem mitgelieferten Multitool tatsächlich ganz gut. Da nervt höchstens so ein bisschen hier der Karabinerhaken, mit dem man sich das Ganze wohl an den Gürtel hängen kann. Ja, aber ansonsten gibt's da erstmal nichts zu meckern. Und auf das Lenkerrohr wird dann, wenn die Kappe entfernt ist, der Lenker ganz einfach aufgesteckt. Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass der Lenker auch tatsächlich in die richtige Richtung zeigt. Also Display zum Fahrer, zur Fahrerin. Das Lenkerrohr vielleicht noch so ein bisschen dabei festhalten. Und dann kann das Ganze auch wieder bequem mit dem mitgelieferten Tool und den zwei bereits vorinstallierten Schrauben relativ einfach angezogen werden. Das natürlich von beiden Seiten und zum Schluss wird dann auch wieder die Kappe oben aufgesetzt. Da müsste ich mal schauen, ob die dasselbe Format wie bei meinem Fahrrad hat, weil dann könnte man ja hier sogar zum Beispiel das Quadlock-System an Haltungen für Handys integrieren, was durchaus eine interessante Sache wäre. Und mit der Installation der Kappe ist der Aufbau auch schon abgeschlossen. Ich empfehle wie immer noch kurz den Reifendruck zu überprüfen und dann steht er auch schon vor euch, der Joyor S5. Und bevor wir gemeinsam sämtliche technische Daten durchgehen, werfen wir einen kurzen Blick auf Design und Verarbeitung. Ja, bei diesem Fahrzeug dominieren zwei Farben, Orange und Schwarz. Ins Auge fallen natürlich sofort die farbigen Radaufhängungen. Ein vollgefedertes Fahrzeug. Und das zeigt man natürlich auch hier ganz deutlich in der Farbgebung. Der Rahmen an sich, der ist dann schwarz, grau, ja, sehr schlicht gehalten. Selbst das Trittbrett, kein Logoaufdruck. Schlichtes Understatement. Auffällig hier allenfalls noch das einseitig aufgehängte Schutzblech hinten und das nach hinten verlängerte, hochgezogene Trittbrett. Lediglich auf dem Lenkerrohr findet sich dann doch noch das Firmenlogo. Lenker ist jetzt auch das Stichwort. Von vorne auch ein halbwegs aufgeräumtes Bild. Ein paar orangefarbene Zuleitungen, die dann aber von der anderen Seite betrachtet, doch durchaus ins Auge stechen. Alles aber soweit mit Kabelbindern gut zusammengefasst und sie verschwinden dann hier auf halber Höhe auch wieder im Lenkerrohr. Unten treten sie dann wieder aus, um nach kurzer Zeit hier oberhalb des Trittbretts wieder im Rahmen zu verschwinden. Ob diese Öffnung ein Problem in Sachen Wasserdichtigkeit darstellt, das können wir nicht beurteilen. Joyor rät aber wie fast alle E-Scooter-Hersteller von Fahrten im Regen ab. Von unten betrachtet offenbart das Gehäuse hier keine bösen Überraschungen. Eine offizielle IP-Wasserschutzklasse, die ist uns nicht bekannt. Vielleicht hat man aus Kostengründen aber auf eine Zertifizierung an dieser Stelle verzichtet. Der Rahmen macht hier soweit erstmal einen stabilen Eindruck, kommt ohne sichtbare Schweißnähte und die maximale Zuladung, die liegt bei guten 120 Kilogramm. Die Ladebuchse oben auf dem Trittbrett ist mit einer Abdeckung gegen Spritzwasser geschützt und lässt sich auch gut erreichen. Das Trittbrett macht soweit einen soliden Eindruck und auch wenn es nur einseitig aufgehängt ist, ist das Ganze hier doch scheinbar recht stabil und sollte im Alltag keinen Ärger machen. Nur draufsetzen, das solltet ihr euch nicht. Statt eines vorderen Schutzblechs setzt man hier auf einen verbreiterten Fehlermechanismus, der diese Aufgabe mit übernehmen soll. Das müssen wir uns im Praxistest dann natürlich genauer für euch ansehen. Die Lenkergriffe verfügen über Handballenauflagen, sind damit also relativ ergonomisch, das gefällt. Der Ständer hingegen ist Standardware, kennen wir so auch von anderen Fahrzeugen, nichts Besonderes, aber tut das, was er soll. Und damit sind wir bei den technischen Daten angekommen und der Frage, was wir hier eigentlich für 500 bis 600 Euro geboten bekommen. An erster Stelle steht dabei natürlich das vollgefederte Fahrwerk. Wir haben eine Gummidämpfung vorn, Scherenmechanismus und auch auf der Hinterradachse. Ja und wie wir es schon von anderen Fahrzeugen kennen, ist diese Art der Federung ab Werk erstmal relativ hart, aber erfahrungsgemäß bessert sich das Ganze nach den ersten 100 bis 150 Kilometern und dann verspricht der Hersteller hier ein sehr gutes, angenehmes Fahrgefühl. Das überprüfen wir natürlich in unserem großen Praxistest und damit ihr den nicht verpasst, lasst jetzt sein Abo da, läutet die Glocke und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt. Neben der Federung soll natürlich auch die Bereifung für zusätzlichen Fahrkomfort und vor allem sicheren Grip auch abseits der befestigten Straßen sorgen. 10 Zoll Schlauchreifen mit einem Offroad-Profil. Schön, dass die Felgen teilbar sind, das erleichtert im Ernstfall ganz ungemein den Reifenwechsel. Angetrieben wird unser E-Scooter von einem starken 500 Watt Hinterradmotor. Die Nendauerleistung ist das Maximum, was aktuell in Deutschland erlaubt ist. Die Peakleistung, also die Leistung am Berg, die müssen wir in der Praxis selbst überprüfen, denn hierzu macht der Hersteller leider keine Angaben. Die mögliche Reichweite, die gibt der Hersteller hingegen mit bis zu 40 Kilometern an, was natürlich von vielen Faktoren abhängt, aber angesichts der Akkugröße durchaus realistisch erscheint. Beschleunigt wird E-Scooter üblich per Daumengas, der Druckpunkt soweit in Ordnung. Die Bedienung, die erfolgt über dieses Element links am Lenker und ich würde sagen, wir schalten das Ganze jetzt einfach einmal ein. Ja und dazu blicken wir auf das große, mittig angeordnete Farb-LCD-Display. Kein TFT und trotzdem farbig, sehr gut ablesbar. Den Akkustand hier leider nicht in Prozent, aber in fünf Balken. Wir sehen die Gesamtkilometer, die Tripkilometer, natürlich die aktuelle Geschwindigkeit und auch die gewählte Fahrstufe. Davon gibt es insgesamt drei an der Zahl, die schauen wir uns natürlich auch in der Praxis an und wir sehen hier auch den Status der Beleuchtung. Das Frontlicht, das ist erstmal so auf den ersten Blick nichts Besonderes, tut das, was es soll, leuchtet, wird über das Bordnetz gespeist und lässt sich auch im Neigungswinkel einstellen. Wie hell das Ganze ist, das schauen wir uns dann in der Praxis auch noch einmal genauer für euch an. Das in das Schutzblech integrierte Rücklicht gefällt mir optisch da schon deutlich besser, wirkt auch bei Tageslicht hier schon ordentlich hell. Auf eine Bremslichtfunktion, die müssen wir hier leider verzichten und auch eine Blinkeranlage ist hier dem Rotstift leider zum Opfer gefallen. Bei der Bremsanlage hat man sich hier für zwei mechanische Scheibenbremsen entschieden. Die sind zwar etwas wartungsintensiver, ja als Trommelbremsen, aber auch dafür etwas griffiger und passen aus meiner Sicht besser zum Konzept eines Offroad-E-Scooters. Bevor es zum Fazit geht, noch ein kurzer Blick auf das Thema Transportabilität. Der Joyeus 5 kann geklappt werden, dazu wird diese Sicherung einfach hier nach oben gedrückt und die Lasche dann nach unten befördert. Das Ganze ist hier noch so ein wenig schwergängig, ist ein neues Fahrzeug, vielleicht legt sich das mit der Zeit noch ein wenig. Das Gewicht übrigens bei 22,5 Kilo und damit durchaus noch tragbar und transportabel. Viele andere Offroad-E-Scooter wiegen deutlich über 30 Kilo. Zudem ist hier der Lenker höhenverstellbar, kann beim Klappen natürlich eingefahren werden. Und so haben wir hier ein durchaus kompaktes Paket. Schön wäre gewesen, wenn auch die Lenkergriffe noch einklappbar gewesen wären. Auch das Aufklappen würde vom Prinzip her eigentlich relativ flott gehen, aber auch hier sitzt das Ganze noch relativ stramm und ich brauche dir hier mehrere Anläufe. Mein Tipp an der Stelle, stellt euch auf das Trittbrett und drückt dann den Lenker mit ordentlich Schmackes nach vorne, am besten bei eingeklapptem Ständer und dann funktioniert am Ende auch das. Ich hoffe aber, dass der Mechanismus im Laufe der Zeit noch ein wenig geschmeidiger wird. Man könnte auch sagen, ausleiert. Und damit wird es auch schon Zeit für ein kleines Fazit und die Beantwortung unserer Ausgangsfrage. Vollgefederte E-Scooter, die kosten häufig über 1000 Euro. Offroad-E-Scooter sogar gerne noch das Doppelte. Ja und da ist natürlich die Frage, wie hat der Hersteller hier diesen Preis hinbekommen? Und an welcher Stelle hat man hier am stärksten gespart? Ganz klar bei den Extras, die hat man nämlich schlichtweg weggelassen. Wir haben hier keine Blinkeranlage, kein Bremslicht und auch keine Bluetooth-App, können also relativ wenige Einstellungen am Fahrzeug vornehmen. Und auch die Schlauchreifen, das könnte man wirklich als Basisausstattung bezeichnen. Aber bei den Kernkomponenten, also den Dingen, die sich unmittelbar aufs Fahrverhalten auswirken, wie Motor, Akku, Fahrwerk, da liefert man angesichts des Preises doch ein durchaus rundes, spannendes Paket. Ja und da freue ich mich schon richtig auf den Praxistest, um das Ganze dann mal so richtig auf die Probe stellen zu können. Klar, mit 13 Amperestunden haben wir hier natürlich keinen waschechten Touren-E-Scooter. Da bewegt man sich, sag ich mal, in der erweiterten letzten Meile. Aber 40 Kilometer, da kann man durchaus schon ein bisschen was reißen, auch mal eine kleine Ausfahrt machen. Ich denke, das ist in Sachen Preis-Leistung durchaus noch ein vertretbarer Kompromiss. Ich habe euch den Link zum Fahrzeug, Gutscheincodes und das passende Zubehör wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Und jetzt bleibt mir noch euch fürs Zusehen zu danken. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, ändert das gern, aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn der Test zum Joyo S5 online geht. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns schon bald zu einem neuen Video hier auf Hentag. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!